Alle Jahre wieder kommt XAPI zu uns Menschen hinunter, wo Luis ist. Jo, meine Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen bei den Weihnachtsbros hier. Ja, Leute, neuer Tag, neue News, XAP News. XAP Deutschland ist hier wieder mal mit euch zusammen vereint. Es ist nun mal so, wie es ist. XAP Deutschland ist täglich hier mit euch zusammen vereint. Das Original hier, XAP Deutschland. Und zwar haben wir sehr interessante XAP Ripple News. Unter anderem ein Experte prognostisiert. Nächstes Jahr könnte eventuell XAP dreistellig werden. Schauen wir uns an. Abgesehen davon haben wir noch ein paar witzige Sachen. XAP ETF und, und, und. Fragt nicht. Wird auf jeden Fall ein cooles Video. Und vor allem hier Gewinnspiel. Kleppchen Nummer 3. Ja, Leute, das ist es. Um uns bei uns vor allem die Familie zu unterstützen. Abonnieren wir alle diesen Kanal. Haben auf jeden Fall gute Laune. Drücken auf gefällt mir in diesem Sinne. Keine Idee, Olga. Jo, Freunde, 25 Dollar BitMEX Token geschenkt. Ja, außerdem 6 Monate lang 10% auf die Handelsgebühren. Traden hier bei der Top 1 OG Börse BitMEX. Link in der Beschreibung. Ja, Luis, du siehst auch aus. So ein bisschen wie ein Weihnachtself, ne? Ja, ich bin auf jeden Fall ein Weihnachtself, der jetzt hier das Kleppchen Nummer 3 bringt. Nämlich hier unser großer BitMEX Adventskalender. Absolut, Luis. Und da haben sich auch viele gemeldet gehabt. Und schauen wir mal, was diesmal drin ist. Ja, schauen wir uns an. Heute gibt es 250 Dollar in BitMEX Token ziehen. Was müssen wir dafür machen, um hier täglich bei dem Adventskalender mit teilzunehmen? Genau. Einfach nur diesen Kanal abonnieren. Sich bei BitMEX anmelden. Und vor allem ein Kommentar. Egal was. Von mir aus. Hallo und das war es auch schon gewesen. Dann nimmt ihr automatisch teil. Und dann morgen eventuell könnt ihr gewinnen. Vor allem morgen haben wir auch eine XRP-Münze zu verlosen. Die könnt ihr gerne auch gewinnen. Also morgen zwei Gewinner und den aktuellen Gewinner von dem Türchen Nummer 3. Genau. Blenden wir genau jetzt hier ein. Herzlichen Glückwunsch an Gewinner Nummer 3. Ja, wir haben auch hier das Päckchen fertig gemacht, ne? Das verschicken wir jetzt auch an den Gewinner von gestern. Wir müssen an Annika nochmal gehen raus. Auf jeden Fall. Und dann schauen wir uns die XRP-News an. Und unter anderem hier dein Best Friend, Gary Gensler, hat eine Message für mich. Ja, wir haben eine kleine Message an mich und an die ganze XRP-Community. Und zwar, Gary Gensler turns bullish on XRP the Standard. Das ist es genau, Freunde. XRP ist der Standard und wird in Zukunft definitiv der Standard werden. Was hier gerade alles im Hintergrund passiert, ist unglaublich krass. Absolut. Und ja, hört auf jeden Fall hier diesmal auf Gary Gensler. Leute, wäre Gary Gensler nicht gewesen, hätten wir alle nicht XRP kaufen können. Und ich weiß nicht, ob so viele von uns mit dabei gewesen wären. Dank diesem hübschen Mann durften wir und konnten wir unten schön einkaufen. Jetzt ist der Mann sozusagen weg, hat schon gesagt, hey, ich gehe weg. Und die Preise steigen auf einmal. Wir wissen jetzt, wer die Pest ist, ne? Der ist der Anführer der Kakerlaken, sag ich. Ja, genau so sieht es aus und ich finde es immer wieder unglaublich krass, wenn man, ja, wir sind ja jetzt schon lange in diesem ganzen Game hier am Start, berichten hier täglich über diese ganzen News. Und was man dann schon wieder vergisst, ich habe gestern den großen Film XRP Unleashed mir angeschaut und was da nochmal dann wieder alles rausgekommen ist, was man schon gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, ist ja wirklich unglaublich. Wir haben die ganzen Jahre darüber berichtet und ich bin froh, dass das jetzt hier nach und nach hoffentlich hier aufgearbeitet wird, Sinan. Schauen wir uns nochmal den Markt an, denn da sieht es auch wieder relativ gut aus. Besonders hier bei XRP halten wir uns sehr stabil über die 2,50 Dollar Marken. Genau, ich wollte doch gesagt haben, XRP die letzten sieben Tage, also eine Woche, in einer Woche 90% gemacht. Ja, Glückwunsch an alle XRP Halter, ne? Und XRP, du bist toll. Klar, haben wir jetzt eine kleine Korrektur. Korrekturen gehören dazu, Leute. Es geht nicht alles so. Es geht nicht alles so. Wir brauchen auch hier. Ganz klar, vorhin die Seitwärtsbewegung, die jetzt da ist. XRP outperformt hier die ganzen anderen Kryptowährungen, was sehr, sehr schön zu sehen ist. Nach der langen Zeit ist das auf jeden Fall auch, ja, nötig. Aber wie Sinan gesagt hat, die Seitwärtsbewegung oder auch Korrekturphasen sind ganz normal und können sich natürlich Tage und auch, ja, gewisse Wochen hier ziehen, bis wir wieder weitere große, große Anstiege sehen. Aber ja, Sinan, hier, du zeigst das schon drauf. Hedspra, 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 wir haben es auch gesagt, wartet ab. Auch dieses Projekt ist unglaublich krass, hat sehr starke Technologie und unglaubliche Partner. Und hier sehen wir es auch, die Utility Coins, Freunde, ob Algorand, Hedspra, XLM, XTC selbst. Die Dino Coins, die Dino Coins sind jetzt gerade am Start, ne? Vor allem die Coins mit Anwendung. Früher haben alle, sag ich mal, früher heißt vor einem Monat, vor einem Monat so. Auch, ja. Alle haben auf die Meme Coins gezahlt, guck mal, der hat so viel Prozent gemacht, der hat so viel Prozent. Jetzt auf einmal keiner redet mehr über Meme Coins, habe ich das Gefühl, ne? Jetzt kommt dieser alte Standard wieder, ne? Jetzt zeigt sich, wer Klasse hat. Davor sind alle zum asiatischen Billigprodukt, sag ich mal, gegangen. Jetzt kommen die nach Baba nach Hause und küssen Hand. So einfach. Ja, wir sagen es immer, am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt und auch bei Projekten mit starker Anwendung werden wir in Zukunft definitiv besser performen. Als kurzfristig natürlich bei kleinen Projekten. Heißt natürlich nicht, dass man da kein Geld verdienen kann. Es lohnt sich natürlich auch bei gewissen Meme Coins, bei kleinen Projekten, bei neuen Projekten, Hypes mitzunehmen, die vielleicht auch kurzfristig, wie gesagt, outperformen. Aber langfristig wird sich immer wieder zeigen, wo die Utility Coins sind und dass das hier in Zukunft alles übernehmen wird. Genau, hier der Charles von Cardano hat sich jetzt auch gemeldet und auf einmal ist der im Kuschelkurs, nachdem der jetzt eventuell der Berater von Trump wird, ne? Ja, da sind ja mehrere Dinge in der Vergangenheit jetzt oder in der nahen Vergangenheit sogar passiert. Treffen mit Trump, ja, Vermutung, dass Charles Hoskins sind jetzt öfters in Washington DC, am Start sein wird und natürlich auch Verbindung zu Ripple XRP. Und hier Charles Hoskins, der CEO von Cardano, entschuldigt sich bei XRP und Solana Communities und drängt auf Einheit im Jahr 2025. Da hatten wir ja schon mehrere Nachrichten. Auch Bert Garlinghaus und Charles haben sich getroffen, hatten schöne Gespräche und wollen hier in Zukunft zusammenarbeiten. Und hier nochmal, Hoskins uns drängt auf Neuausrichtung der vergangenen Streitigkeiten und stellt sich eine einheitliche Blockchain-Industrie vor, die bis 2025 in den Mainstream hier übernommen werden soll. Und Blockchain-Technologien müssen die Zusammenarbeit nutzen, um eine Marktpotenzial von Billionen an Werten zu erschließen. Wir prädigen es hier seit Jahren, Freunde, Interoperabilität, also dass viele Systeme nebeneinander zusammenlaufen und nicht irgendein System, alles andere ist Schrott. Also das ist wirklich komplett Käse, muss man hier ganz klar sagen. Es werden viele Systeme laufen und nicht nur eins. XRP Deutschland sagt die ganze Zeit schon, dass alle nebeneinander laufen müssen. Die anderen, die labern, ne, nur das ist das Coole und das ist das Coole und so, haben keine Ahnung, so einfach ist es. Vor allem immer diese Killer und so. Ja. XRP-Killer, Ethereum-Killer. Verstehe ich auch nicht. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube, wie gesagt, viel wird nebeneinander laufen. Natürlich wird das ein oder andere Projekt sich gewisse Ränge wieder holen oder neu holen. Aber trotzdem, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig. Absolut. Und hier, die Eleanor Territ hat sich auch zu Wort gemeldet. Wir wissen, sie arbeitet bei FOSS Business. Ja, sie haut immer sehr gute Informationen raus. Und hier, jetzt geht es weiter bei den ganzen ETF-Wahnsinn. Wenn das jetzt zu den ganzen Neuigkeiten noch weiter jetzt Realität wird, dann weiß ich auch nicht mehr, was hier abgeziehen hat. Genau, wir haben die letzte Zeit gesehen gehabt, dass viele, sag ich mal, Unternehmen den XRP-ETF-Möchen auch Sachen eingereicht haben. Und BlackRock hatten wir gestern die Nachricht, hat auch eventuell was eingereicht. Und jetzt geht es weiter. Bei BlackRock sind eher noch Gerüchte da. Wenn das Ding offiziell eingereicht wird, glaube ich, dann wird es auf jeden Fall kommen in sehr, sehr naher Zukunft. Aber hier als Wisdom Tree Fund reicht offiziell eine S1 bei der SEC für einen XRP-Spot ETF ein. Und Wisdom Tree tritt bei Bitwise Invest, 21 Shares und Canary Fund bei der Beantragung eines Fonds, der den Tageskurs von XRP hier abbilden soll. Ja, wie gesagt, ein, also mehrere Vermögensverwalter, wie wir im Hintergrund sehen, die Einreichungen nochmal, sind am Start. Und jetzt hoffe ich nur noch auf den größten Teamplayer, BlackRock, damit das Ding hier auch befestigt ist. BlackRock, die Stars, einfach mal zur Seite. Hauptsache, da wird genehmigt. Also ich bin der Meinung, da wird sowieso genehmigt. Wir reden ja schon so lange darüber. Ich kann mir vorstellen, dass XRP ETF und Solana ETF, wir haben übrigens noch eine Wette, Luis und ich, ich habe gesagt, dieses Jahr wird noch XRP ETF genehmigt. Du hast Nein gesagt, ich will meinen Döner haben. Du hast letztes Mal schon einen Döner verloren. Wir haben letztes Mal gesagt, XRP noch dieses Jahr über einen Dollar. Du hast mir nicht geglaubt, der Döner fehlt. Und jetzt auch diesem Döner das ETF eingereicht wird. Ich bin gespannt, Zinan. Vielleicht, ja, gleich sieht das ja alles wieder aus. Ja, darauf bist du hinaus, ne? Ja, ich bin natürlich, natürlich. Ich warte noch auf Gary Genslers Rücktritt. Ich glaube, danach werden wir das auf jeden Fall sehen im Quartal 1. Aber da könnt ihr ja mal euer Statement in den Kommentaren reinschreiben, was ihr denkt. Sehen wir dieses Jahr noch den ETF oder nicht? Also setzt die hier den Döner mit ein oder ja. Luis, ich möchte auch dieses Japprak-Döner, ne? Ich möchte nicht wieder, wie letztes Mal, du hast letztes Mal dieses Hähnchendöner für mich gekauft. Ich hoffe, ich mag kein Hähnchendöner. Da muss richtig so, boah, ja, kein helles Fleisch. Und da reden wir mal darüber, Luis. Und zwar XRP haben wir gestern mitbekommen. Gut gestiegen. Jetzt ist natürlich die Korrektur. Es ist für mich keine Korrektur jetzt gerade. Es ist einfach nur, dass XRP ein bisschen Luft nimmt, Leute. XRP nimmt ein bisschen Luft und dann geht die Reise weiter. Nichts geht komplett nach oben. Wir haben immer eine große Achterbahnfahrt. Und selbst in Bullrun-Phasen sind Crash-Phasen, Korrekturen bis zu 40, 50 Prozent, was ganz normal ist. Also das kann in der nächsten Zeit auch wirklich noch auf und zu kommen. Jetzt mal für die Leute, die immer fragen, oh, lohnt sich das jetzt noch, in gewisse Coins zu investieren? Ja, geht immer, wenn, Stückchenweise rein. Wenn die jetzt noch investieren wollen. Wir persönlich, ja, haben sehr, sehr gering eingekauft bei allen Krypto-Projekten und haben natürlich einen ganz anderen Standpunkt als ihr. Aber hier sehen wir es nochmal. 2,815 Dollar bei XRP hatten wir erreicht. Und wir laden uns auf, damit wir das All-Time-High erreichen. Wir haben gestern drüber gesprochen. Zwischen 3,31 und 3,84, irgendwie sowas, war die nächste Zielzone. Die wird auch kommen. Die wird kommen. Die wird definitiv kommen. Ich bin der Meinung, XRP wird ganz schnell die 3,50 Dollar oder so erreichen. Vor allem nach dem Dollar, ne, haben wir gemerkt, auf einmal sind das große Sprünge, ne? Ja. Da werden immer größere Sprünge, ne? Wir waren bei 50 Cent und haben uns die ganze Zeit so gequält, um hochzukommen. Und jetzt auf einmal... Einmal die Widerstandszone überquert und dann noch eine überquert und dann war es vorbei. Wie wir es gesagt haben, bei XRP geht es dann auf einmal ganz, ganz schnell und, äh, ja, es dauert immer lange. Dann werden wir kommen. Wir haben unzählige Nachrichten dazu bekommen. Ähm, ja, ich habe XRP vorher verkauft. Ich habe nicht mehr daran geglaubt. Und, äh, jetzt ist, äh, ja... Ja, weil die auf den und den gehört haben, ne? Genau, deswegen hört niemals auf irgendjemand. Macht immer euer eigenes Bild. Auch nicht auf uns, auf irgendjemanden. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Wenn wir jetzt sagen, XRP geht to the moon, und wir glauben wirklich daran, dass XRP to the moon geht, heißt dann nicht, dass XRP to the moon geht. Das ist unsere Meinung. Hört nicht auf uns, das ist nur unsere Meinung. Wir halten noch, wir halten noch, Luis, ne? Lass erst mal zweistellig werden. Lass erst mal ein bisschen höher gehen. Da können wir über kleine Gewinnmitnahmen sprechen. Auf jeden Fall. Und das nochmal ganz wichtig zum Thema. Hört nur auf euer eigenes Gefühl und nicht auf jemand anderes. Ich habe gestern, alleine gestern, drei Nachrichten dazu bekommen, dass sie auf diesen, äh, Scam reingefallen sind, wo Brad Garlinghaus irgendwie mit KI, also so ein Deepfake, sag ich mal, einfach erzählt, schicken wir eure XRPs, ich schicke euch die, äh, verdoppelt zurück. Da, Freunde, wirklich passt auf, niemand will euch Geld schenken. Niemand. Warum auch? Warum? So, die Welt, äh, ist leider hier nicht, oder wir leben ja alle nicht von Luft und Liebe, und deswegen ist das ganz, ganz wichtig, ja? Ja, und hier geht's anscheinend auch weiter mit XRP, denn XRP ist die letzten 24 Stunden natürlich auch in der Marktkapitalisierung gestiegen. 160 Milliarden Dollar, Sinan. Ja. Es ist einfach verrückt, und es zeigt auch wieder, dass die Market Cap absolut, äh, im Kryptomarkt keine große Auswirkung hat. Erinnern wir uns damals an das All-Time-High von XRP und da die Marktkapitalisierung, da frage ich mal, wie kann das sein, dass wir, äh, da jetzt keine gleichen Parallelen sehen, oder eher gesagt, was passiert, Freunde, wenn die Anwendung starten, wenn, sag ich mal, XRP benötigt wird, die Liquidität benötigt wird, und die XRPs von den Börsen runterfließen. Auch da möchte ich nochmal interessieren, also Market Cap, schön und gut, ist alles, hat seine Daseinsberechtigung, aber meiner Meinung nach nicht bei gewissen Kryptowährungen mit Anwendungen. Absolut. So, guck mal, dieses Zeichen, wollte ich noch gesagt haben, gibt es auch bei uns in den XRP-Shop, ne, genau, davon hat die früher ein T-Shirt, habe ich auch in unseren Shop gekauft gehabt, wenn ihr unseren Shop auch euch anschauen wollt, oder vielleicht Weihnachtsgeschenk, Nikolausgeschenk oder so, sucht unter diesem, ja, Video ist auf jeden Fall unser Shop abgebildet, könnt ihr draufdrücken, euch anschauen, vielleicht ist da was für den einen oder anderen. So, und schauen wir uns mal das hier an, das war die Nachricht des Tages, meiner Meinung nach. XRP bereitet sich auf parabolischen Anstieg vor, Experte legt Zeitleiste für drei Ziffern hier fest. Schauen wir uns noch mal genau an, und zwar, Jack Swibbler, ein prominenter Kryptoanalyst, hat ein detailliertes Diagramm veröffentlicht, das das Potenzial von XRP für einen parabolischen Anstieg hier zeigt, und er prognostiziert, dass der Vermögenswert dreistellige Werte erreichen könnte, was ein beispielloses Wachstum für XRP hier signalisiert, und dem Chart zufolge hat XRP in der Vergangenheit nach längeren Konsolidierungsphasen signifikante Aufwärtstrends erlebt, und das aktuelle Setup scheint vergangene Muster hier wieder zu spiegeln, haben wir auch gesagt, wir sind sogar deutlich besser, auch laut Marke Cap, ja, als der Vergangenheit, also spiegeln da sogar noch deutlich bessere Zahlen wieder, so wenn es jetzt wirklich sich wiederholen würde, wäre es unglaublich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in diesem Bulban ja über die 10 Dollar Marke klettern könnten, aber das glaube ich wirklich nicht, ja, pass auf, pass auf, aber sag niemals nie, sag niemals nie, wir haben auch vor ein paar Wochen gesagt gehabt, da haben wir Nachrichten gesehen, 10 Dollar, da haben wir gesagt, lass mal die Kirsche im Dorf, lass erstmal den 1 Dollar erreichen, haben wir gesagt, jetzt sind wir schon über, sag mal, 2 Dollar, wir gehen Richtung 3 Dollar durch, jetzt sagen die 100 Dollar, ja, ich sag erstmal, lass erstmal die 10 Dollar erreichen, und dann schauen wir mal weiter, Luis, du wirst dich noch wundern, wenn die 10 Dollar, schakalaka, dann wird hier richtig, ich sag euch jetzt schon mal, ein Tipp von mir, an alle da draußen, tut mir einen Gefallen, wenn ihr euch etwas zu Weihnachten wünscht, klar, könnt ihr bei uns im Shop vorbeigehen, euch Pullover, T-Shirt, Hoodie, alles, Cappies kaufen, aber, Kühlschrankmagnete, vor allem, Kühlschrankmagnete auch, vor allem, wenn ihr, jetzt ist es noch drin, bei Amazon oder Ebay und so, gibt es noch, Geldzählmaschinen, bald, bald sind die ausverkauft, wenn die XRP Army, sag ich mal, auscash, Luis, so viel Geldmaschinen gibt es nicht, ne, wie unsere Army, schau dir mal den Kanal an, wir haben schon 23.000 Abonnenten erreicht, Luis, so viel Zählmaschinen gibt es nicht, wir brauchen alle, wir müssen, bald machen wir hier Livestream, nur ganze Zeit von den Geldmaschinen, dann geht es ja, und darüber wollt ihr noch gesprochen haben, guck mal, jetzt sehen wir die Vergangenheit, die letzten Bullruns, ne, und vor allem hier, 2017 haben wir gesehen, wie schnell das geht, genau das gleiche, könnte sich wiederholen, und wir haben auch so ein Video gemacht, und ein Short gemacht, dass sich das wiederholen wird, oder eventuell wiederholen könnte, wir wurden ausgelacht, guck dir mal die Kommentare an, allein auf TikTok oder Instagram, wie viele dumme Kommentare, wie viele Kommentare, wir niemals auf 2 Dollar gehen, wegen dem Market Cap, das ist nicht möglich, dann steckt da viel zu viel Geld drin, ja Freunde, wir sehen es jetzt, sind wir Richtung 3 Dollar, und XRP macht immer noch keinen Anschein hier, dass die Rallye hier vorbei ist, ne, ja, absolut, wir haben auch jetzt ganz viele Anfragen, von, sag ich mal, Anti-XRP-Leute erhalten, YouTuber, die damals mit uns kein Interview aufnehmen wollten, jetzt auf einmal wollen die mit uns Interviews aufnehmen, sagen, ja, wir wollen gern irgendwas gerade rücken, und so, hadde, hadde, jalla, weg, 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 wir wollen keine Interviews mit euch, Anti-XRP-Leute wollen wir keine Interviews, so einfach ist das, warum sollen wir mit euch Interviews aufnehmen, weil ihr hier eure Namen wieder waschen wollt, nehmt mal woanders auf, da wollt ihr noch gesagt haben, so Leute, das war es auch schon gewesen, auch schöne Grüße an den YouTuber, Cointrends wollt ihr noch gesagt haben, der geht auf die 2000 Abonnenten zu, da geht es auch voran, schaut mal gerne vorbei da, genau, macht mal die 2000 voll, das freut uns auf jeden Fall, Luis, man muss auch mal kleine YouTuber unterstützen, ja, das ist ganz, ganz wichtig, und da freuen wir uns auch drüber, dass der kleine Kanal wächst, wir sind auch sehr klein angefangen, und hatten auch die Unterstützung, also da, liebe Grüße gehen hier raus, genau, wir bereiten auch ein Interview vor, mit Caro, und sag ich mal, auch andere Prominenten, größere Prominente, das kommt, die nächsten Tage werden wir hier einiges veröffentlichen, Leute, das war es auch schon gewesen, schaut gerne morgen vorbei, und viel, viel Glück an jeden von euch, dass ihr morgen wenigstens gewinnt, und das war es auch schon gewesen, Luis, um uns bei, und vor allem die Familie zu unterstützen, abonnieren wir alle diesen Kanal, essen diese Dubai Schokolade, drücken auf, gefällt mir, ja, schreibt in den Kommentaren, was ihr zu den ganzen News habt, wie gesagt, macht am Gewinnspiel teil, meldet euch an, da würde ich sagen, genau, schaut auch bei TikTok vorbei, Instagram vorbei, schaut überall vorbei, in diesem Kanal, like den Kanal, und bleibt mit uns auf ewig hier verbunden, im Kryptosektor sind wir alle Sändler oder Kunden, der Kryptosektor hat genug Benzin in seinem Tank, Sina Louis, B.O. Doppelsetzt, sag von Herzen Dank,